Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dann müssen wir wohl zu ihm reingehen. Zu den Roten? Da war noch nie jemand von uns. Na, dann kann ich nur sagen, es wird höchste Zeit. Juhu! Die Mission, in den Garten der Roten einzudringen, erfordert von uns ein Maximum. An Tarnung. Kuckuck! Ich sag halt alles durch die Blume. Deswegen braucht man ganz viel Fantasie. So, dann machen wir jetzt Pause. Das ist ein selbstgezüchtetes Hybrid aus Fuchsie und Pomeranze. Ich nenne es Fuchspo. Oh, schöner Name. Perfekt. Uuuuh. Liebe japanische Freunde, was wir hier machen, ist so nah wie möglich an der Realität. Sollten wir jetzt irgendjemanden beleidigt haben mit dem, was wir hier sagen. Es war keine Absicht. Wir kunst nur bloß. Oh, schleimige, klebrige Kröte. Sie hat mit einem Blauen rumgeflutscht. Sei bitte still, Annette. Halt die Klappe. So. Was für eine romantische Tragödie. Eure Liebe ist verdammt. Eure Liebe ist tot. Ich würde gern noch verweilen. Aber hör, mein Flug geht. Ich bin ein Superzwerg. Stimmt ja auch. Damit kann ich mich schon wieder so richtig identifizieren. Und bitte schneiden. Das wird eine Spur hinterlassen. Hey, Lande an Flug. Ich bin ein Superzwerg. Untertitelung des ZDF, 2020